André und die Morgenmiddels Vielleicht nochmal für die Kamera eine Nahaufnahme. Guckt euch das mal an. Ich habe mir extra die Beine rasiert. Das ist noch nie vorgekommen in meinem Leben. So, also, damit ist jetzt Schluss mit Lustig. Ich werde mich einreiben und dann gucken wir mal, was passiert. Am Samstag, wenn es heute beginnt, ist es ernst. Heute ist ja alles nach Probe. Also, dann legen wir mal das jetzt. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017